und damit herzlich willkommen zu neuen abenteuer hier in train team world 4 wir schauen uns mal und content von der neuen dlc an willkommen an bord der s 6m 49 derzeit in lakester stehe die fahrt von kent verlief bisher gut und wir hoffen dass dies auch so bleibt hoffentlich hält das wetter für eine angenehme fahrt nach derby ja unsere zuglog ist eine class 66 mal wieder die ist mit dabei haben wir unseren zug soweit mal bereit machen überprüfen sie den zug um sie so schön dass er bereit ist machen wir gleich das erste was mich immer tun ist die bremse ein bisschen lösen diese ja volle kanne drin so auf das müsste eigentlich passen als nächstes schauen wir mal die bremseinstellung break timing slaggt gut das ist gut schauen wir uns ein break cutout an cut in das passt auch traction wird vermutlich aufpassen passt dann können wir eigentlich weil es witzig ist die datermatrix uns anzeigen lassen alles gut passt irgendwas vergessen wie schaut es denn aus warte mal instrumenten lichter hätte ich gern noch mit an da braucht man nix adlights sind auch an so wie es aussieht jo ok gute kamera jetzt bisschen was los hier also unsere zuglog class 66 mit allen sicherheitssystemsarbeit an und das sind diese neuen vtg wagen die es einem addon geht und wenn es jetzt noch richtig im kopf habe wiegt unser ganzer zug 1945 tonnen das wird spaß machen zum fahren ich hoffe da wird es keine probleme soweit geben sind jetzt die ganz neuen hier maxi rail so eine fahrende rakete hier wäre ein bisschen blöd wenn da irgendwas hoch geht ob man das einstellen kann ne ne ok der ganze zug geht bis mal schauen wie weit geht denn das hier wo weiter komme ich nicht alles klar allgemein nicht weiter oder ok da hört dann unser zug auf er ist nicht der längste aber dafür sehr schwer der zug besteht aus 16 gesselwagen werden gesamt wie von 1945 tonnen oh ich war richtig die fahren auf der langsame strecke bis nach redcliffe junction sie sind zur abfahrt bereit gut dann können wir abfahren noch eine bremsen lösen passt erste stufe rein dürfte eigentlich keine bremse vergessen haben passt sieht alles gut aus ist ja nicht nö oh der nächste hsd demnächst mal wieder schön dazu äh hier können wir schon stufe 2 mal probieren so was haben wir denn hier 35 und 50 aber hier haben wir hinten noch 10 oh klasse für die 7 also wenn ich jetzt könnte würde ich die 626 austauschen gegen 2 von denen ich finde es spaßig vor allem die lackierung ist irgendwie mega geil hat schon was ja die strecke wurde mittlerweile auch geupdatet seitdem wir hier auf das letzte mal drauf gefahren sind ich habe mir jetzt aber tatsächlich den detail change log davon nicht angeschaut wir sind schon wieder schnell runter mit der leistung so schauen wir doch mal aus das ganze addon kostet 16,79 geld warum auch immer man gesagt hat 79 cent zum schluss noch zumindest in franken und ich lese euch mal den text dazu vor beziehungsweise ich nehme mal hier die leistung weg auf dieser strecke werden nicht nur fahrgäste befördert entdecken sie die vielfältigen güterverkehr auf der midland mainline und darüber hinaus mit skyhawk games cargo line für trains in world 4 in volume 1 halten sie das land mit modernen tia-kesselwagen der vtg am laufen und fahren mit schweren treibstoffbeladene züge die brandheiße herausforderung abwartet sie ja also ich bin noch gespannt wie das mit bremsen wird steigen sie in die class 66 ein und nehmen sie die arbeit in der anspruchsvollen britischen öl- und kraftstoffindustrie auf mit einer brandneuen modernen variante des tia-kesselwagens komplett mit vtg-branding bewältigen sie den transport von unglaublich schweren zügen über die hauptverkehrsstrecken behalten sie das durchdrehen der räder unter kontrolle und seien sie immer einen schritt voraus es ist keine leichte aufgabe eine rakete auf schien zu stoppen ja ich glaube das werde ich noch merken trotz der ähnlichen unterscheidung weichen die heutigen brustbritannien eingesetzten varianten des tia-kesselwagens von denen in den 1980er jahren gebauten ab moderne kesselwagen von vtg werden seit dem 21. jahrhundert immer häufiger eingesetzt wobei seit 2001 und zuletzt 2018 neue wagen ausgeliefert wurden ich glaube wir können noch ein bisschen mehr schmagisch geben dann mal auf die fünf übernehmen sie eine in einer neuen anzahl von szenarien und fahrplan ebenen die aufgabe öl und treibstoff über die strecke der mitte mainline und der great western express zu transportieren die kesselwagen im kompletten netz der east widens sorgen für gewisse schwierigkeit und mischen sich unter den bestehenden fracht und turbo pendel diensten der außenbezirke von london mit freien spiel von glänzen büffier können sie die geschehen aus beliebiger strecke ihrer wahl erleben ja so weit klar und dann schauen wir mal was wir für 16 geld so alles kriegen die 100 tonnen tia-kesselwagen in verschiedene lackierungen in blau, grün, rot, dunkelgrau und hellgrau die classic 6 in ebs lackierung extrem teilgetreue funktionsreiche führerstände ich meine, das haben sie jetzt nicht neu gemacht die haben einfach ständig classic 6 kopiert lebensechte leistung und handhabung zwei zusätzliche szenarien und jeweils eine fahrplanebene vermittelt mainline und great western express sprich vier in summe alles gelb, das ist ein bisschen ungeil kommt dann rot und ansonsten standard update games bla bla also nicht wirklich was spannendes ich kriegst die ja ich will die classic 6 in 6 mit dazu zählen weil die gibt es schon in anderen varianten aber man zahlt halt 16 geld für die kesselwagen und vier scenarien plus fahrplanaufgaben muss jeder selber wissen ob ihm das wert ist naja nichtsdestotrotz ich wollte mal hier mal einen schweren Güterzug fahren das andere szenario ist mit leeren kesselwagen fahren ich glaub 5 oder 6 stück das ist ein 20 minuten szenario und das hier ist halt quasi das wird im vollen zug und geht knapp eine stunde wo man darf gelb umschalten dann kann ich mir noch ein bisschen leistung geben hier das Wetter schaut gut aus ein bisschen bewölkt aber ansonsten passt es solange ich nicht über rot drüber kachel glaube ich ist hier alles gut da sind wir durchgedreht das fand ich jetzt nicht so gerne da muss ich so ein bisschen an die bremsen von raybauder denken wenn man da irgendwie so 33 wagen oder mehr dran hat die bremsen machen ewig bis die wieder gelöst sind es geht hier mit der klassikste 6 verhältnismäßig sehr schnell und es sind aber auch ein paar weniger warm und die leicht modernere bremse noch mal eins drauf 65 erlaubt jetzt haben wir eigentlich hier data cord train menu train length push switch to begin jetzt glaube ich der hier train length vielleicht müssen wir mal warten das hat irgendwie nicht so funktioniert was mache ich da falsch ja ja ich drücke ja schon was für ein switch ich dachte es wäre der hier press end to add to switch enter clear to reset end to save warte mal was ist wenn ich da keine ahnung 200 eingebe enter ich weiß sie okay tja jetzt muss ich wissen wie lange er wirklich ist so 50 meilen werden wir runter vom gas mein kollege sieht so aus als hätten wir erstmal eine grüne welle gefällt mir warte mal sehe ich nicht in den einstellungen 141 yard ist denn wie viel feed könnte ich mein handy nutzen und dann 4 ja in feed moment nochmal ganz kurz schön das waren ah 3 4 1 okay äh 3 4 1 1023 so ich sollte eigentlich langsamer werden nicht so schnell ganz klein wenig so 1023 ich schiebe das mal kurz ein ja ja äh clear 1000 23 enter oha da kommt holz zeigend finde ich jetzt aber nicht so cool vielleicht ein bisschen mehr bremsen ja jetzt langsamer werden dauert ein bisschen 700 yards ja toll jetzt was umgeschalten okay äh testen wir das nochmal äh will er jetzt nicht runter ah jetzt ja sehr cool eigentlich sollte man das mal an signal testen mein kollege ja wir schauen nochmal dann wie akkurat das ist mit dem signal können wir nochmal schnell mit der kamera nach hinten gehen ich meine das sollte ja akkurat sein aber es ist Dovetail Games weiß man nie beziehungsweise ne stimmt gar nicht das Ding ist ja von Skyhook hier aber ich weiß nicht wer die Klassik C6 im Original gemacht hat war das Skyhook oder war das Dovetail Games ich meinte das war Dovetail Games ganz am Anfang ich glaube mit dem Great Western Express war die Klassik C6 zum ersten Mal dabei glaube ich ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aber ich meinte da war sie zum ersten Mal und was für eine Stufe sind wir jetzt 5 oder gehen wir auf die 6 so ja dann entspanntes fahren ey ich sag's euch ich bin jetzt so erleichtert dass ich mit meinem letzten Großprojekt fertig bin das war Baldur's Gate wurde gestern abgeschlossen und da kam ein HST mal sehen das hat jetzt so lange gedauert ich meine es hat Spaß gemacht aber ich bin schon auch irgendwo froh weil wir haben zu viel Leistung drauf da haben wir wieder geschleudert jetzt geht's noch weiter mit Tora spielen und Co erstmal SCP Secret Files das vermute ich schon eine Episode draußen wenn das hier rauskommt und dann mal gucken was ich als nächstes Projekt nehme ich würde ja auch ein bisschen liebäugeln mit Fallout London dieser Community Mod aber das ist halt auch wieder was etwas was vermutlich sehr viel Zeit brauchen wird und ich weiß nicht ob ich noch ein Bethesda Spiel spielen will nachdem ich Starfield gerade vor kurzem gespielt habe ich meine klar das ist jetzt von der Community ist jetzt nicht ganz zu vergleichen aber es ist trotzdem ein Bethesda Spiel mit Bethesda Eigenheiten ich glaube das werde ich eher für mich machen aber ich bin mir noch nicht sicher außer ich schreile jetzt alle hoch oh ja ich will jetzt Fallout London sehen mal gucken ich glaube das Kleineres tut es auch erstmal da ist schon wieder rot moin Kollege ich kann es mir jetzt einbilden aber irgendwie glaube ich laden wir den anderen Züben die Textur ein bisschen spät nach ich glaube ich muss ein bisschen mehr bremsen äh wieder gelb oh ich glaube wäre das jetzt auf hohe geblieben dann war ich da drüber ich sollte mich immer ein bisschen langsamer fahren grundsätzlich mit dem Gewicht zumindest bei einer gelben Welle guck mal was anzieht nee warum geht wieder zurück mit der Kamera warum geht der Motorsound aus wenn ich da in der anderen Ansicht bin ich wollte eigentlich nur in die Ansicht herkommen ich wollte eigentlich nur in die Ansicht herkommen muss doch auffallen muss doch irgendwann mal hier mit der Kamera mit der Kamera rumgeswitcht haben da auch ein bisschen noch ein bisschen noch ein Schwergewicht aus da links ja auch viel Spaß kollege das ist bestimmt so ein Sprinter den wir vor uns haben der hier auf jeder Station anhält äh es war schon wieder zu viel uh grün wir kriegen Abstand fürs erste kauf Wahnsinn die stehen alle hinter der Linie dass ich das nochmal erleben darf äh jetzt 5 Schein zu halten ist das neu mit der Verzierung hm probieren wir mal Stufe 6 ich scheine auch zu gehen sehr gut sehr gut sehr gut ja was ich dann auch noch entdeckt habe für Railroadern äh gibt es ja jetzt schon diverse Mods und es gibt sogar schon die erste Lokomotive als Mod und das hat mich sehr gefreut dass ich das gesehen habe dass das schon mal so weit funktionsfähig ist also ich gehe mal davon aus dass für Railroadern noch einiges an Rollmaterial kommen wird seitens der Community Gott sei Dank kann man da so ein Unity Spiel was da sehr modfreundlich ist oder relativ modfreundlich ist da sind ja momentan zwei Modloader die ja unterwegs sind einerseits den Unity Modloader den gibt es ja schon länger und da gibt es noch diesen Railloader heißt er speziell für Waver oder mal schauen was ich von beiden durchsetzen wird Nexus Mods glaube ich wird primär so auf den Unity Mod Managers setzen und da bremsen diesmal gerade ein bisschen mehr ah das könnte ins Auge gehen ei 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 ah deswegen fahre ich auch in TD2 so ungern die mega fetten Bühne Züge weil die Dinger zum Anhalten kriegen das ist eine echte Herausforderung oh geil da hat er gelb umgeschalten weil wenn man dann so Superhelden hat die meisten müssen das Signal zurückziehen oder das Spiel lädt ein bisschen später und das Signal zeigt oh obwohl das eigentlich schon auf gelb oder grün sein sollte und krach ist drüber ist halt mega geil naja naja wird auf gelb kann man doch mal so zwischen 30 und 40 bleiben so hat es gefühlter Richtwert vorne ist ein E40 mein Sehen wo geht es denn da hin oh mein Luki Luki man Nebenstrecke ja könnte Nebenstrecke sein also ich wollte das ja mit der Train Length ja noch machen machen wir das mal mit Ende des Bahns steigst du oder ne nehmen wir gerade das Signal so und drücken also shit ich muss ja zweimal machen äh dann machen wir es halt mit der Brücke da vorne setze ich jetzt bitte nicht zurück okay wir sind bei der Brücke geht zurück oh er wird neblig na 100 jetzt ja ok kommt hin meins klingt mir hier noch schlechtes Wetter naja solange es nicht regnet soll es mir ja gleich sein vielleicht ruckelt es ja dann weniger wenn es hier neblig ist aber in Railroad hat es ja genau den gegenteiligen Effekt irgendwie geht der Nebel auf die Performance ah ne Moment Entschuldigung falsch der Regen war das nicht der Nebel Nebel sieht noch richtig geil aus jetzt würde ich mir auch noch wünschen für Railroad aber ich gehe mal davon aus es kommt sowieso es wäre noch so ein aktiver Wetterwechsel und dass du dann entsprechend auch anders fahren musst also sprich Schienen sind rutschig und solche Scherze dann aber er weiß je nachdem wann ich das YouTube für all äh wann ich YouTube veröffentliche ja genau wann ich das Video auf YouTube veröffentliche ist es dann eher schon passiert traut ja teilweise ein bisschen wie das sind ja zuerst für die Mitglieder sichtbar und dann Spiele für alle also wenn ihr mich unterstützen wollt weil ihr kein Kanalmitglied es gibt einen Haufen extra Videos da aber kein Muss 1,9 bis Parkway jetzt sind wir über 40 ich glaube ich bleibe bei der langsamen Beschleunigung ich gebe ein bisschen Abstand zu meinem Vordermann ja damit bin ich eigentlich ganz happy was ist eigentlich das hier? also Hotplate aber das wird ja schon mal ausprobiert ob die rot wird naja machen wir die ja frei ja wobei ich glaube bei der wird man das mit dem roten kann ich gar nicht so sehen ich werde einfach nur heiß was ist das da? fresh air open closed high speed blower switch lassen wir mal aus brauchen keine Heizung hier sonst nichts spannendes ging das immer schon dass da die Tür aufgeht ich will da gleich mal reingucken ähm immer wieder zurück auf wobei schmeißt du mir eine Notbremse rein wenn ich aufstehe ich riskiere es mal nicht nachdem jetzt hier die ganzen Sicherungssysteme an sind aber ich habe hier ganz gute Chancen dass wenn ich hier aufstehe dass der die Notbremse hier reinglatscht nö 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 hätte ich ganz am Anfang machen sollen da geht's ja auch ach so ne Moment mal doch das wird schon immer gegangen sein weil da ist ja die Eingangstür aber naja ich frage jetzt noch ob man auf der anderen Seite nicht durchgehen kann wenn ich vielleicht mit der Kamera schummeln ach da ist noch ne Tür kurz ja die krieg ich jetzt natürlich soll ich auf ohne dass ich aufstehe oder Moment ist die andere ne es gibt leider keine andere Ansicht hier ja ja wieder kein Ton naja was solls oh wieder zu hier oh da kommt schon wieder gelb oh Leistung weg ja wobei doppelgelb naja trotzdem bisschen bremsen ja 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 Ja, wenn wir auf jetzt schütteln will. Lassen wir es mal dabei. 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 0,7, 0,8. Ja, das ist mit dem Parkway. Das Signal. Lassen wir es mal dabei. Lassen wir es mal dabei. Was war das denn jetzt? Interessanter Übergang. Nehmen wir das Spannende im Spiel. Achso. Die andere Strecke. Gelb. Nicht für uns. Nicht für uns. Brems. Noch die Brems. Scheiße. Ne, Emergency Break hier. Fuck. Bitte, 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 bitte. Das war jetzt gemein. Ui. Ja, soviel zum Gewicht. Aber immerhin nicht drüber. Ah, wie schnell die Bremse löst. Warum macht man sowas? Warum ist es da unten und so klein? Extrem fies. Oder ist es, weil... Oder ist es, weil... Dass der Lokführer von... dem Gleis hier nicht irritiert ist von dem da? Das wird tatsächlich Sinn machen. Hm. Trotzdem mega fiese Position hier. Müssen wir jetzt dann nach links fahren und warten auf den Zug, der jetzt von da kommt? Und... Da kommt auf jeden Fall mein HST. Moin, Kollege. Ja, gut. Gar nicht erstmal warten angesagt. Liebe Leute, ich würde sagen, ich mach da mal einen kleinen Cut für euch. Wenn das Signal hier wieder auf Grund geht, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Ach, wie schön. Das Mikrofon war gemutet. Sehr cool. Naja. Jedenfalls. Wir haben auf den HST warten müssen. Das habe ich nicht gerade vorher gesagt. Wir werden davon achten, dass wir jetzt halbwegs eine bessere Fahrt haben werden. Aber ich hör das Mikrofon muten. Und jedes Mal wieder. Das ist mal bei der Finale Episode von Baldus Gate auch passiert. Nice. Ich möchte irgendwie mal so ein Plugin, was irgendwie so ein Warnton abspielt, wenn es Mikrofon keinen Ton irgendwie produziert. Ich hab das schon in OBS mit den ausgelassenen Frames etc. Ja, wenn das dann zu viel prozentualtechnisch ist, dann hör ich den Pieps tun. Was mit dem Mikrofon noch. Mal bestimmt irgendwie machen. Okay. Sind durch. Rein da in die Burg. Seidenburg. Ach, früher hat man die Sachen wenigstens noch schön gestaltet. Aber das ist halt alles nur noch funktionell. Der Bewerks Junction. 8,5 Meilen. Uh, der sieht geil aus mit dem Blau. Gefällt mir. Hatte das nicht sogar mal VW früher im Tacho drin? Dass das Blau war. Meine VW war das mal. Ja. Grün. So muss das sein. Hoffen wir mal, dass der Agency da auch noch nirgends gefahren ist. Ja. Noch eins. Ja. Ja. Und da ist gar kein Plan, wo ich auf der Caoticagab bin. Wo ist das? Das ist die eine große Junction oben. Mal ganz kurz gucken. Ne, das wollte ich nicht. Das ist neun. Ah, okay. Da sind wir. Ups. Boah, drehen wir wieder durch. Ja, geht's wieder? Das ist auch die Strecke wieder gerade. Vorher passt es die ganze Zeit abschüssig. Moin Kollege. Gut, die Fahrt noch. Auch ein angenehmes Liberty. Ich frage mich, ob sie die HSD-Tafeln umschreiben werden jetzt, wo der HSD an sich so nicht mehr fahren soll, oder? Sie lassen es bei, ich meine, HSD steht für Highspeed-Train. Und auch generell für die Hochgeschnickertszüge, die können dann 100. Egal, ob es jetzt die 43 ist oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel die Erzuma, die Diesel-Varianten. Einziger, was vermutlich verschwinden, könnte, der HSD. Jetzt machen wir mal interessant zum Nachsehen. Oh, geht noch eins? Kein Auto. Oh, geht noch mal. Oh, geht noch mal. Eigentlich wäre so ein Fußpedal ganz angenehm, was man irgendwie mit dem Raildriver kombinieren könnte, wo man dann AWS beziehungsweise das SIVA-Equivalent drücken kann. Müsste eigentlich schon gehen, weil da kannst du dir, also jetzt bei TS Classic bin ich mir ziemlich sicher, dass es geht, weil da passt ja dann eigentlich nur so ein Joystick-Controller, der auf den Button reagiert und den kannst du dann zuweisen, zum Beispiel über dieses Joystick-Interface, eh gerade für TS Classic, mit dem ja der Raildriver funktioniert. Ich meinte bei diesem einen Führerstandspult, was ich mir mal angeschaut habe, das was ja um die 2-3.000 Euro kostet, aber hier ist ein Pedal sogar mit der Bunny, ich möchte mal das einzeln kaufen. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Höchstgeschwindigkeit gleich, wir waren noch nicht über 60. Wir sind in Gefahr, Benzin auf Highspeed, Ich frage mich gerade, ob der Zug überhaupt so schnell fahren darf. Oha! Da ist was vor uns. Ich möchte natürlich mal ein bisschen runtergehen. Das Ganze will ja wieder gebremst werden. Ja, vielleicht bleibe ich lieber bei der 60. Dass die Erde da so auch was los ist. Da habe ich mir eigentlich mal einen Kaffee gewöhnt. Zugfahrt ohne Kaffee geht nicht. Zumindest bei mir nicht. Oder einen guten D, eins von beiden. Da suchen wir es immer mit. Also würde ich da jetzt in echt Kaffee fahren, dann wäre da irgendwo so eine Thermoskonne mit Kaffee oder Tee drin. Es ist ein bisschen nervig, dass der Tun hier immer wieder mal so kurz auskattet wegen diesen komischen Lade-Rücklern. So, 2,3 Meilen bis wir bei Derbyworks sind. Machen wir da irgendwas verlassenes von links. Ach nee, wobei, egal, das ist diese... Ja, nee, das ist verlassen da. Oder relativ verlassen. Ich bin mir nicht sicher, weil, glaube ich, in T.S. Classic haben wir die Strecke hier vor. Oder war das woanders? Ich müsste jetzt gleich noch einmal nachgucken. Ich habe es mir schon gedacht. einmal langsamer werden wie die. Immerhin doppelgelb und dann habe ich noch ein bisschen Zeit. 30. Oha. Untertitelung. BR 2018 ein bisschen runternehmen ob es gleich aussieht rot oh, kann es mal wieder lösen hier mal hier mal ganz gemütlich rein ja, vielleicht so, dass wir halt nicht zum Stillstand kommen aber da vorne ist das Signal schon ja gar nicht mehr so schlecht gebremst bin stolz auf mich gut gut haben wir es mal bis hier oben hingeschafft wir schauen, was jetzt nur hingeht oh, ein Stückchen auch so, da hinten müssen wir schon anhalten dankenswerterweise haben wir keine Einfahrt gut anhalten bitte doch nicht wirklich was Spannendes zu sehen hier ach, müssen wir auf dich warten kollege doch, gute Fahrt kollegee Lange fährst du ja nicht hier auf der Strecke. Nice! Na? Voll auf Anschlag! Joa, bitte in die Schleudern. Schön ziehen. Also gegen die zweite Classic C6 hätte ich ja nichts. Ich meine, sie schlagt sich hier eigentlich ganz gut. Aber die zweite wäre trotzdem fein. Also Stufe 3 ist oder kannst du da durchschleudern? Oder? Naja, scheint zu halten. 10 Mal pro Stunde. Ja, gerade ein bisschen langsam. Ich nehme mich jetzt ganz rechts hin. Naja, sieht so aus. Hm, ich glaube, ich habe Blödsinn erzählt mit der einen Nebenst... Oh! Du klatschst mir jetzt keine Notbremse rein. Ich glaube, das ist ja eine Nebenstrecke, die ich meinte, das ist irgendwo weiter oben. Hm, irgendwo dort glaube ich. Bis zwei Tiers Classic nochmal angucken. Und wenn ich es jetzt schaffe, da vorne noch anzuhalten, ohne dass ich über Rot darüber rausche, dann bin ich ganz glücklich. Äh, wisst ihr was? Wollen die eisen? Äh, vielleicht. Ich bin dann nicht... Bitte nicht über Signal. Bitte nicht über Signal. Bitte, 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 bitte... Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah! Alter, hab ich Schwein! Hahaha Ein natürliches Team in der Suche von Herrn Schäber noch bringen und von der Aus zurück nach Sinfin Nebengleise. Okay. Die Schnickerzüberschreitung ein bisschen da hinten und da ganz am Anfang und zum Schluss minus 227 Punkte. Ansonsten kein Malus. Ja, hat Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch und wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Zum nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.